Diese Karte birgt mehr. Ich kann es sehen. Der Schatz von Captain Flint. Mein lieber Herr, das ist ein historischer Fundschiff. Schaut, haben wir ein Schiff. Und wenn es hart auf hart käme, seid ihr für oder gegen mich? Wir sind die beste Mannschaft, die man jemals finden kann. Carla Goodwin, ich wäre frei und hätte Lust auf eine Kaperfahrt. Wir schäumen uns nicht vor Arbeit lang, empatet oder dreckt. Wir stehen für unseren Käpt'n ein und schrubbeln für ihn das Deck. Hey! Ja, wie kommt eine Ziege auf eine Insel? Die Jugend von heute. Keine Vorstellungskraft mehr, keine Fantasie. Kennst du es auch, dieses Gefühl, wenn du etwas wirklich willst? Derse, den du so liebst, dem es auf der Insel leider nicht liebt. Das war's selber, oder? Also seid ihr dabei? Dann ruf, ei, ei. Wir sind dabei! Dann los, ei, ei. Dann los, ei, ei. Dann los, ei, ei. Und ob wir den Schatz wirklich finden, seht ihr in unserem Musical-Abenteuer die Schatzinsel. tschatz, baj Constumen komplett abgeschaut bei der Insel. Frau von chip記 bei dabeibooth die bei 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 weand volume